Zuerst nassen Hände, vor lauter so etwas passiert jetzt und dann ist es einfach nur wie so ein richtiger Blutrausch. Das ist einfach nur ein Wahnsinnsgefühl, du kannst es gar nicht glauben und du genießt es dann einfach nur. Die Faszination ist einfach das, dass ich da so eine Leidenschaft reingekriege, immer selber an Höchstgrenzen zu gehen, die Ziele zu erreichen, die man sich selber steckt und ja, das macht die große Faszination aus. Beim Auto ist es die Karosserie, bei uns ist es doch ein bisschen mehr die Skiausrüstung, aber das sind Parallelen, das ist wirklich ein Wahnsinn und dann mit so einem Auto mal fahren zu können. Für mich ist es besonders faszinierend, dass Audi einfach wirklich schöne Autos hat, wirklich schnelle Autos hat, sichere Autos hat und man hat einfach immer Lust und dann hat sofort ins Auto einzusteigen und Auto zu fahren.